Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCA aktuell. Einige neue Infos wieder reingekommen zu gestern. Wahnsinn, viel, viel los zur Zeit. Daniel Klein verlässt uns unter anderem Richtung Sandhausen per Laie. Darüber wollen wir sprechen. Patrick Pfeiffer hat ein sehr, sehr spannendes Interview gegeben. Hier ist auch Demirovic ein Thema. Wir spekulieren ja mittlerweile auch über seine Zukunft. Werde ich mich auch hier dazu äußern. Breithauptmedizinstag ist wohl terminiert für morgen. Morgen und Calvin Gebohr. Hier gab es auch ein spannendes Statement, das in der Augsburger Allgemeine drin stand, wie es da ausschaut. Nochmal ein Update zu gestern. Ein Update folgt demnächst. Und über Vega wollen wir auch noch sprechen. Jetzt mal scheinbar doch nicht so eilig mit der Kaufoption. Also ich wünsche euch viel Spaß. Daumen hoch, wenn es euch gefällt und mich zu unterstützen. Und wir starten direkt rein. Let's go! Ja, starten wir mit unserem lieben Daniel Klein. Ihr seht schon hier ein Post von Arne Mayer. Das Bild ist offiziell auf Instagram von SV Sandhausen gepostet worden. Und Arne Mayer hat hier viel Glück, Bro, als Notiz dazu geschrieben. Scheint sich hier sehr gut mit Daniel Klein zu verstehen. Und ja, wünscht ihn einfach alles Gute. Finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Und ja, sein Marktwert ist bei 300.000. Er hat Vertrag bis 2025. Also wir haben hier eine Laie einfach mal im Sinne von Spielpraxis gemacht. Daniel Klein ist scheinbar selbstständig auf die Verantwortlichen zugekommen. Hat darum gebeten, dass man ihn eventuell ausleiht. Er möchte spielen. Junges Alter. Er ist gerade mal 22 Jahre. Und hat im letzten Jahr acht Spiele für unsere Regionalliga Bayern-Mannschaft gemacht. Sprich, das ist ein Schritt, den ich total nachvollziehen kann. Und er soll dort und ich hoffe auch Stammtorhüter werden. Also Sandhausen hat insgesamt elf Transfer schon gemacht. Also ganz schöner Umbruch natürlich nach dem Abstieg aus der zweiten Liga. Damit wird Daniel Klein nächstes Jahr in der dritten Liga spielen. Ich bin sehr gespannt, wie Sandhausen sich schlägt nach dem Abstieg. Und ich hoffe natürlich auch, dass er die Nummer eins ist. Mein Stand ist wohl, dass er das auch sein wird. Aber natürlich muss er sich dort auch dem Konkurrenzkampf erstmal stellen. Und der Trainer von Sandhausen kennt ihn wohl aus gemeinsamer Zeit noch aus Hoffenheim. Und hält ihn für einen Torwart mit viel Potenzial. Also Daniel, wir werden dich verfolgen, auch im Leihspieler-Check. Also schau, dass du spielst und dass du auch regelmäßig hier, ja, mit guter Leistung. Es ermöglicht mir hier auch gutes Feedback beim Leihspieler-Check dir zu geben und unseren FCA-Fans. Also alles Gute dem Guten. Genau, das ist mal das allererste Ein-Jahres-Laie und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann Patrick Pfeiffer. Da gab es ein Interview, auf das ich eingehen will. Demirovic wird ja eingeblendet. Wieso? Machen wir erstmal kurz und klein. Pfeiffer ist ja zu uns gewechselt. Das ist ja alles schon klar. Und er wollte einfach nach vier Jahren in Darmstadt eine neue Herausforderung. Nach dem Aufstieg mit Darmstadt kam er so ein bisschen ins Grübeln. Aber es war ihm eigentlich schon klar, nach vier Jahren, er braucht eine neue Herausforderung, eine neue Challenge, einen neuen Step in seiner Karriere. Wir sind ja ambitioniert, als Klub jetzt auch einen Step vorwärts endlich zu machen. Er soll dazu beitragen. Und ja, es war eigentlich für ihn dann klar, zu wechseln. Warum ist er gewechselt? Hier wird es wieder enorm spannend. Und Enrico Maaßen. Mal wieder Enrico Maaßen, der ausschlaggebende Punkt, warum ein junger Spieler zum FC Augsburg wechselt. Also ich sage es immer wieder, Enno Maaßen ist gerade bei Transfers und Überzeugen von jungen Spielern scheinbar wirklich ein super, super Mann. Also wenn er das jetzt noch alles nur auf den Platz kriegt, dann schauen wir in eine gute Zukunft, denke ich. Aber er muss es halt jetzt auch als Trainer auf den Platz kriegen und alles in ein System packen, das auch funktioniert. Dass die Spieler hier Bock auf Augsburg haben, die jungen Spieler, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also wieder mal Enrico Maaßen, der ja auch einen großen Anteil am Transfer hat als Trainer. Er hat halt einfach jetzt bewiesen, dass er auf junge Spieler setzt und sie auch bringt. Die Spielpraxis kriegen. Mit zum Beispiel Vega und Engels hatten wir teilweise ja 19-Jährige sogar in der Rückrunde, in der Startelf regelmäßig. Also Enno, da muss man ihm wirklich sagen, man kann sagen, was man will. Ich bin auch nicht zufrieden mit der Saison, wie wir gespielt haben das letzte Jahr. Aber die Spieler überzeugen. Gerade die jungen Talente kann er. Und wenn das jetzt wirklich noch auf dem Platz sich alles überträgt, dann kann das wirklich was richtig Geiles werden. Aber da muss er mich einfach noch überzeugen mit der Mannschaft, dass das das wird. Wieso ist Demirovic eingeblendet? Sehr, sehr spannend. Er hat scheinbar sich sehr gefreut, dass Pfeiffer kam, hat ihm sofort eine Nachricht geschickt. Super, dass du kommst, so etwa in der Art. Er bietet ihm die Hilfe an, falls er irgendwie Eingewöhnungsprobleme hat oder einfach kurz in Augsburg irgendjemanden braucht, der ein bisschen beim Einleben hilft. Also Demirovic so kapitänsmäßig geht gleich voran. Ist ja auch ein unglaublich geselliger Mensch und Typ und auch ein Leader in unserer Mannschaft. Der hat schon Bock. Jetzt haben viele natürlich schon gepostet. Sieht das etwa nach Trennung aus, wenn Demirovic sowas macht, bin ich komplett bei euch. Ich gehe auch davon aus, dass Demirovic bei uns bleibt, weil er hier einfach sich wohlfühlt und endlich Stammspieler ist und ein enorm geschätzter Spieler, sowohl bei Fans als auch in der Mannschaft. Aber ich glaube, bei dieser Nachricht, wo er die geschrieben hat, war dieses Frankfurt-Ding auch noch nicht so ernst. Und ich bin wirklich gespannt, wie unser Verein dann reagiert, falls wirklich 15 Millionen reinfliegen als Angebot. Und ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass Demi ihn nicht wechselt. Nichtsdestotrotz, ihr kennt alle den Markt. Ihr kennt alle den Markt. Und wenn Frankfurts Kolomuani dann wirklich wechselt, an diesem Moment, wo der Wechsel von Kolomuani feststeht, egal wohin, für wie viel Geld, wird es sehr, sehr spannend da nochmal mit Frankfurt. Und ich hoffe einfach, dass Demirovic dann auch bleibt. Aber man wird sehen, es wird auch eine Schmerzgrenze geben. Ich habe schon öfters Kommentare gelesen, mit 15 Millionen muss man sich dann als Verein einfach auch Gedanken machen. Und so sehe ich das ja auch. Es ist einfach brutal viel. Schauen wir mal. Stand jetzt, gutes Zeichen, dass Demirovic das so macht, als Leader vorangeht, es den jungen, also neuen Spielern vor allem leichter machen will, sich anbietet als Hilfe. Finde ich allgemein einfach klasse. Und das ist wirklich schon mal ein positives Zeichen für uns. Bei Breithaupt hat der Kicker geschrieben, dass er wohl morgen, also am Donnerstag, zum Medizincheck dann auch kommt. Dann wird man ihn wohl dann auch offiziell vorstellen. Kann gut sein, weil bei den Sommernächten, Augsburger Sommernächten, werden ja auch die Trikots vorgestellt, dass Breithaupt hier einer der Spieler ist, der da auf der Bühne ist. Gut möglich. Ich selber, sag's gleich, ich bin nicht vor Ort. Ich muss arbeiten, sowohl Freitag und Donnerstag und Freitag. Sprich, ich werde nicht bei den Trikotvorstellungen da sein. Das finde ich sehr schade. Wenn ihr da seid und mir ein paar Videos zukommen lässt, würde ich mich extrem freuen. Könnt ihr über mein Instagram-Profil gerne tun oder über den Discord. Wäre eine tolle Sache. Gut möglich. Hier tun natürlich auch viele jetzt schon spekulieren, weil scheinbar auch zwei Spieler der Profis dabei sein werden, dass Okugawa der zweite ist. Hier gibt es aber noch weder vom Kicker oder irgendwelche Informationen. Hier weiß ich noch nichts, wie, wann, wo Okugawa zum Medizincheck etc. kommt. Bild hat nur gestern nochmal gepostet, dass er wohl in dieser Woche auch zum Medizincheck kommt und vorgestellt wird. Irgendwie sowas in der Richtung. Also es könnte auch diese Woche passieren. Hat ja auch alles Sinn, weil nächste Woche ja schon die Leistungstests und etc. losgehen. Gut möglich, dass morgen Breithaupt und Okugawa vorgestellt werden. Bei Okugawa, wie gesagt, nicht sicher. Bei Breithaupt wohl relativ sicher. Das hat der Kicker geschrieben. Fünf-Jahres-Vertrag. Die ganzen Verträge etc. Modalitäten. Ja, da kommt dann eh nochmal ein Video dazu. Aber eigentlich haben wir den Fünf-Jahres-Vertrag von Breithaupt ja auch schon erwähnt. Also einfach, dass ihr da auch Bescheid wisst. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch bei den Augsburger Sommernächten dabei sein wird. Wird mich auch mal interessieren. War vielleicht auch ein cooles Ding, mal in den Kommentaren sowas zu lesen. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich nicht hin kann. Und ja, aber mein Gott, Schwamm drüber. So ist es. Jeboah, gibt es tatsächlich ein Update zu gestern? Also welche Ironie? Gestern habe ich noch gesagt, dass die Kaufoption nicht gezogen wird. Sie ist zu teuer. Aber in der AZ, also Augsburger Allgemeine, stand drin, dass es hier durchaus die Tür leicht offen ist, für Calvin Jeboah nochmal zurückzukommen. Er hat ja auch dieses tolle Bild mit Toni Jeboah gepostet. Die sind ja irgendwie familiär verwandt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, in welchem Verhältnis. Ich meine irgendwie Neffe und Onkel, aber ist jetzt, nimmst du mir nicht krumm oder nimmst du mir nicht krumm? Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher. Mit dem FC-Adress ja abgelichtet worden. Und Jeboah bekommt vielleicht nochmal eine Chance. Also es ist gut möglich, dass man sich hier nochmal irgendwie auf eine Laie einigt oder was in der Richtung, wo ich ja auch ein bisschen hoffe. Wir werden sehen, die Tür ist nicht komplett zu. Aber sein Team Genua, zu dem er jetzt erstmal zurückkehrt, ist aufgestiegen aus der Serie B als Tabellenzweiter. Also wenn Calvin zum Beispiel jetzt in Genua bleibt, spielt er auch erste Liga Serie A. Mal schauen. Aber sie haben ihn ja auch nicht ohne Grund abgegeben aus der Serie B. Vielleicht planen sie auch einfach nicht mit ihm. Wir werden gucken. Wenn sie den Fußball wieder mehr auf Konter und so umstellen. Ich weiß nicht, wie Genua gerade spielt. Vielleicht wird Jeboah auch wieder ein Thema sein. Ich so oder so. Ich wünsche Calvin alles Gute. Aber die Tür ist hier noch nicht komplett zu. Wollte ich euch unbedingt auch hier nochmal sagen. Um welche Ironie. Gestern habe ich mit euch über Vega gesprochen. Und genau in der Zeit, wo ich das Video abgeloadet habe, kamen wieder neue Infos rein. Vor ein paar Tagen hieß es, der FCA möchte schnellstmöglich hier die Kaufoption ziehen. Da habe ich mir gleich gedacht, okay, wir sind sehr überzeugt von ihm. Ich habe ja gestern auch nochmal alles aufgeschlüsselt. Ein paar sind sehr überzeugt von ihm, ein paar weniger. Letzten Endes hat man es hier doch nicht so eilig. Also Fakt ist, bis zum 31. August oder 1. September, ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel Uhr das alles sein wird. Also zum Ende des Transferfensters auf jeden Fall, muss man sich entscheiden, ob er die Kaufoption von 4,5 Millionen zieht. Plus Boni. Stand jetzt hat der FCA wohl gesagt, wir haben es aktuell nicht eilig. Sie schauen wohl, was sie noch alles auf dem Markt machen und dann entscheiden sie, ob diese 4,5 Millionen so stemmbar sind Ende August. Und wollen vielleicht einfach nochmal das Training anschauen, das Trainingslager und wie der Junge sich nochmal präsentiert. Also auch extrem spannend. So meine Lieben, das war es für heute. Update zu allem. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ein bisschen, dass auch Okugawa morgen vorgestellt wird, dass wir da auch fix das Ding haben. Sieht aber alles gut aus, weil jetzt auch immer mehr Zeitungen regelmäßiger hier das auch berichten. Breithaupt wird es wohl morgen. Ihr seid soweit aktuell. Was noch ganz wichtig ist zu sagen, Unterhaching terminiert. Wir spielen am 13. August. Das ist dann auch unser erstes Pflichtspiel um 15.30 Uhr. Das ist ein Sonntag gegen Unterhaching in Unterhaching. Der Termin steht hier fest für alle, die da auswärts fahren möchten. Das ist ein Sonntag, 15.30 Uhr, 13. August. Nochmal zur Wiederholung. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist ja jetzt in knapp eineinhalb Monaten schon. Genau. Super. Dann vielen Dank euch Leute von Herzen für die ganzen Daumen nach oben. und dass ihr Videos gerade so aktiv schaut. Wirklich super, super. Es macht so unglaublich Spaß mit euch gerade, diese Sommerpause. Sie ist wirklich nicht langweilig. Ich hatte schon Sorgen, dass uns langweilig wird. Aber nein, so wird uns sicher nicht langweilig. Es macht einfach nur Spaß. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis morgen, denke ich mal. Und ciao, ciao. Daumen hoch. Wäre super, wie immer. Und zum Abschluss nochmal vielen Dank an alle Kanal-Supporter. Es gibt dir wieder eine kleine Neuigkeit. Stefan Kuhn hat von Start auf Bronze geupgradet. Vielen, vielen Dank, das zweite Bronze-Mitglied hier auch, mein Lieber, für deinen Support. Und euch allen, wie schon gesagt, für das aktive Schauen. Und einfach, dass ihr am Start seid, so regelmäßig. Ciao, ciao und Grüße aus Augsburg.